Ja, ich werde jetzt Leute, ich werde das jetzt hier überspringen, ich werde da jetzt nie auf die anderen warten. Das könnt ihr vergessen. So, nochmal 8070 Credits dazu, haben wir 150.000, ah knapp, 148.910 Credits, wieder 3 Sterne verdient. So, dann verlassen wir das Ganze, ich überlege, ob ich jetzt nicht doch im Marken renne.